ja guck mal ja immer die Türken die nerven mich immer noch was ist das Türken gar keine Ahnung Döner stinkt ich bin einfach so schwul und sehr behindert man so kleine Schwanz so unbestellte Scheiße Hunde sind die kommen so mit ihrer Mutter weißt du Ich habe die Ereignisse und ich habe die Karte